Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von LP316 wir sind heute auf einem Jedi Turbo Server bestimmten Star Wars Fan kann ich mir sehr gut darunter vorstellen sehr nice wie viel der Platz 11 da? ja da können wir aber noch einiges verbessern mal sehen wow jump nein vorbei trotzdem zack change croc screw 720 egal aber lasst uns mal über die wichtigen Dinge reden und zwar ich habe gesehen dass nicht so viele meine Trackmania Videos anschauen also gebt einfach mal einen Comment was ihr sehen wollt von mir denn ich spiele eigentlich so ziemlich alles von FIFA 12 bis keine Ahnung was ich kann alles mögliche spielen sehr schön wie viel da sind wir oh gar nicht auf der besten Liste vorne da muss ich mal einen Gang zulegen yes come on was 18 da? wieso denn so weit hinten? ich fahre doch eh schon so schnell wie ich kann naja das war nix das muss ich zugeben aber man muss natürlich sagen das ist natürlich so ein Bro Gamer Server der verlangt natürlich schon sehr viel Risiko ach das war nix das war das war für die Fischer wie ich immer sage ah schön die Bande dosiert wieder mein Gott schon wieder hey was mach ich? gibt's ja nicht ja das war schon mal was besseres sehr schön und jetzt rein driften sehr schön und Speed Jump 1471 5020 so wie boah Gottchen so jetzt muss ich aber eine perfekte Fahrt fahren sonst werde ich nicht unter die Top 18 kommen und das wäre ja sehr schade so da bin ich jetzt schon mal sehr gut rum gekommen Bande dosiert aber egal ja 1434 18. Platz egal mal sehen was ich verdiene wo ist LP416 18. Platz 600 612 LP Punkte ich hab doch gesagt das ist ein Pro Gamer Server aber ich hätte natürlich besser fahren können aber es ist immer leichter gesagt als getan ja mal sehen was die nächste Map zu BIN hat Jedi Speed mal sehen auf der 7er Ansicht ok ja mal sehen oder muss man Vollgas geben ne überschlagen ADAT ja ich werde ab der nächsten Map ein wieder ein neues Auto fahren das war grad epic fail weiß auch nicht wieso ein Neustart war keine Ahnung zu weit draußen ist schon immer das Ziel ja ja meine Güte wäre ich wieder dagegen gesprungen die Sprung nee war was soll denn das egal ich war einfach mal weiter geht gar nicht mal sehen wie die einfahren alle ok nee hängen geblieben egal da muss man volle drüber und jetzt Vollgas jump drüber sehr nice und rein sehr schön 1208 das ist schon mal sehr nice was ich da abliefer aber es muss noch schneller gehen und am Ziel vorbei ja das nenne ich mal Leistung eine Leistung nein nein das wäre schnell gewesen ach diese Kurve habe ich noch nicht raus aber ich habe noch 2 Minuten 20 ja das war auch schon wieder nice das passt so wie feintrifft ja das sieht sehr nice aus 1189 ja das geht aber noch schneller mal sehen nee mein Gott was auch nicht wieso das jetzt nicht gegangen ist war zwar auf Fullspeed aber egal ja mal sehen wie es weitergeht wo epic fail epic fail ja schöne Einlage aber verschwenden wir lieber keine Zeit sondern probieren wir gleich nochmal einen neuen Versuch das war nicht so jetzt aber ich habe es im Gefühl oder ich habe es im Urin aber da wäre ich schon wieder in der Bande dosiert das sieht gut das sieht gut aus und jump ja und weiter ich glaube das hat sie nicht so viel ausgemacht nein dummes Ziel dumm dumm egal dieses Video war jetzt nicht so berauschend ich hoffe ihr gebt trotzdem eine gute Bewertung und nicht vergessen hinschreiben wegen den Spielen was ihr sehen wollt ja wir sehen uns einfach beim nächsten Part und tschüss